ich wollte euch doch mal zeigen wie das aussieht wenn das schalter kaputt ist bzw hier die feder nicht mehr will dann geht dieser arm nämlich nicht mehr zurück es lässt sich alles noch wunderbar bewegen aber hier die funktion ist weg und da das den kleinen bolzen den muss ich gleich wegschrauben dann komme ich da dran und dann kann ich die feder die hier drin ist einmal um 180 grad drehen den arm wieder drauf sitzen fischschrauben und dann klappt das und schon ist die kette draußen das schaltröllchen lege ich mal an der seite die passende schraube auch damit mir nichts durcheinander kommt so kann ich die feder noch nicht spannen weil sie kommt noch nicht zurück also muss ich jetzt erst da noch eine schraube raus so schraube auf draußen biege ich den arm ganz nach hinten dann kann ich nämlich das teil hier drehen und wie man hört macht es da drinnen schon klack das heißt innen drin ist die feder raus gesprungen die muss ich jetzt erst lösen tja so ist das wenn dann die feder doch kaputt ist dann guckt jeder oben raus und dann braucht man auch keine feder mehr reparieren dann muss man das ganze schaltwerk erneuern da ich keine feder habe aber nur das schaltwerk und das kommt dann da rein tja winterzeit bastelzeit und wer kein ketten schluss hat der kann die kette auch so abmontieren nimmt dazu einen dreier im bus jetzt den da an schraubt das schaltröllchen raus und dann kann man den arm verdrehen das sind zwei einzelne stücke die kann man dann verschieben dann kann man das schaltröllchen rausnehmen und die kette leider ist jetzt dieser zug zu kurz der da aus dem rahmen kommt und um diese schwierigen sachen kümmert sich mein mann der friemelt nämlich jetzt das kabel durch den rahmen durch damit wir hier wieder ein bisschen mehr spiel bekommen weil das ist doch auch kurz wir haben den weg verlängert um einen möglichst gerade zurück auf das schaltwerk aus jetzt wurden noch alle schaltvorgänge ausprobiert vom ersten bis im neunten und vom neunten bis im ersten und es lässt sich sauber durchschalten somit ist die schaltwerk reparatur gelungen das ist nun das defekte schaltwerk und einen kleinen trick habe ich noch für euch wer von einer kleinen kassette auf eine größere kassette umwechsel möchte sprich in meinem fall 11 34 auf 11 40 zähne der braucht normalerweise einen adapter der zwischen schaltauge und dem schaltwerk schraubt wer den aber nicht zur hand hat der kann sich noch schneller helfen indem er nämlich einfach diese winkelschraube nimmt jetzt muss ich mal gucken wo sie ist da ist diese schraube hier auch genannt b-tension oder b-schraube die ist dafür zuständig den winkel vom schaltwerk zum ritzel herzustellen oder einzustellen und da ist so ein kleines kunststoffteilchen drin das verhindert dass man die schraube weiter rein dreht und somit verhindert es auch dass der winkel vergrößert wird so und jetzt kommt nämlich der ganze trick wenn man den winkel rausschraubt hier ist er dann nimmt er ein paar millimeter gibt er ein paar millimeter frei und man kann die schraube viel weiter reinschrauben und somit schlägt dieser arm auch nachher nicht mehr an das große ritzel dran weil es gibt probleme beim ersten und zweiten gang da verhakt sich dann schnell mal die kette und ratscht hier die ganze zeit an dem arm entlang dann sieht das ganze ziemlich beschädigt aus ich weiß nicht ob man es auf der kamera sieht ja doch sieht man das ist dann natürlich sehr unschön so das verhindert man indem man dieses kleine teil einfach aus der b-schraube rausnimmt hier ist es noch drin und dann kann man die schraube genau um diesen diese paar millimeter tiefer reinschrauben und der winkel vergrößert sich ich wünsche viel spaß bei eurem schaltwerkumbau ach und wenn ich da schon gerade bei bin könnte ich ja vielleicht auch die pedalen wechseln entweder mache ich die grünen drauf oder die schwarzen die sind natürlich schön leicht schauen wir doch mal lasst euch überraschen so zum lösen der pedalen brauche ich jetzt ein 6er im bus die rechte seite wird links herum gedreht noch kräftig anziehen und dann ist es fertig da steht sie nun die kleine bergzeige mit neuen weihnachtsgeschenken pedalen sind jetzt auch drauf das schaltwerk funktioniert jetzt auch wieder 1a fertig ist die ziege und kann bald wieder auf die 12 in diesem sinne würde ich sagen bis bald im wald Study tail haben uchi ab Vielen Dank, wirst du schauen. Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! Untertitelung des ZDF für funk, 2017